Heute die flotte Vespa. Lasst euch überraschen. Ja, hallo, zurück beim Happy Camper. Heute soll es mal um eine Vespa gehen. Genauer gesagt, um den schnellen Transport von dieser. Ich stehe hier quasi vor dem fertigen Ende von dem Projekt. Und denkt mir so, das könnte auch für den einen oder anderen von euch interessant sein. Aus diesem Grund, mal kurz ein paar Worte, was ist passiert, was war das Ziel und wie ging es hin. Also, Ausgangslage war, ich besaß diesen ungebremsten Anhänger. Ich besitze die Vespa und, leider vorgriff, hoffentlich auch bald eine Anhängerkupplung für meinen Camper. Im Moment gerade muss mein PKW dafür herhalten. So, Ziel war also, möglichst schnell mit dem Camper inklusive Anhänger mit Vespa voranzukommen und das Ganze mit möglichst wenig finanziellem Aufwand zu realisieren. Teil 1 war also, dass ich, ich zeige es euch mal, das da angestrebt habe. Eine Hund- oder Zulassung. Im Prinzip banal, aber, naja, ich habe ja diesen ungebremsten Anhänger. Und, da habe ich mich im Vorfeld mal informiert, was braucht es dafür. Und, dass ihr euch die Arbeit sparen könnt. Ganz kurz, wie geht es, auf was muss man achten. Wichtig ist zunächst mal, dass das Zugfahrzeug eine maximale Gesamtmasse haben darf von 3,5 Tonnen. Und, könnte für uns in der Regel reichen. Wenigstens für die kleineren Camper. Das Zugfahrzeug muss ABS haben. Kann man, glaube ich, auch seit einiger Zeit einen Check ran machen. Und, die Reifen müssen mindestens für 120 kmh zugelassen sein und maximal 6 Jahre alt sein. So, das war schon das erste Problem. Meine Reifen waren bis 140 kmh zugelassen, waren aber 8 Jahre. Das heißt, ich habe neue Reifen gebraucht. War jetzt nicht so die Rieseninvestition. Sind auch keine Nutzfahrzeugreifen mehr, sondern ganz normale Pkw-Reifen. Warum erwähne ich das so? Ich zauber euch mal ganz kurz hier in meinem Papierstapel etwas hervor, was das deutlich macht. So, ein bisschen schüssig. Ich hoffe, wir werden es lesen können. Ich halte es mir hier gegen den Hänger. Ihr seht auf der linken Seite die Geschwindigkeitsklassen für Pkw-Reifen und auf der rechten Seite für Nutzfahrzeuge. Und bei mir war eben auf der reifen Flanke ein N zu sehen, sprich eben 140 kmh. Und heute habe ich ein T für 190 kmh. Ich gehe mal noch näher ran. Vielleicht hilft es euch. Ihr findet dieses Symbol hier. Das Bild zeigt es ganz gut. Nach der Größe hier in dem Fall 205, R55, R15 und dann V. Ja, und bei mir steht jetzt eben, schauen wir nochmal, T. Und das können wir mal kontrollieren hier. Hier ist es tatsächlich, wo steht es, hier steht es. Wahrscheinlich wird man es nicht erkennen können. Egal. Also, das war das erste Thema, was zu lösen war. Achso, und wo wir gerade am Reifen sind, vielleicht auch noch da, das Alter. Schauen wir mal. Jetzt müsst ihr es auf den Kopf schauen. Tut mir leid. Und hier gibt es eine DOT-Nummer, eine Zahlenkombination. Und dann hier, auch das wird man nicht lesen können, vor allen Dingen nicht auf dem Kopf. Da steht in dem Fall hier 0918. Bedeutet, auch dafür habe ich was ausgedruckt, dass man es besser erkennen kann. Jetzt muss wieder der Hänger herhalten. Ich habe euch gerade genau hier das gezeigt und es ging um diese Zahl hier. Auf dem Bild eben 1902 bedeutet 19. Kalenderwoche im Jahr 2002. Das heißt, das Bild ist hier schon älter. Jetzt, bei mir hieß es ja 0918. Das heißt also, 9. Kalenderwoche 2018. Heißt, taufrisch. Also, das bedeutet für mich, die Reifen waren in Ordnung. Sie dürfen nicht nur 120, sondern 190 fahren und sie sind flammeneu. Also kleiner als 6 Jahre. So weit, so gut. Schauen wir mal auf den Spickzettel. Was gibt es mehr? Ich brauche eine 100er-Plakette am Heck des Anhängers. Das habt ihr ja schon gesehen. Die muss übrigens gesiegelt sein. Aber dazu kommen wir nachher nochmal, wie es ablief. Dann, wenn der Anhänger gebremst wäre, was meiner ja nicht ist, dann brüchte er hydraulische Radstoßdämpfer. Gut, okay. Habe ich nicht. Und jetzt kommt noch etwas, was echt tricky ist und was vor allen Dingen zu beachten ist, wenn ihr es an sich bisher einfach habt. Und einfach heißt einfach hier keine Auflaufbremse. Ein ganz simpler Anhänger. War ja bisher nur das Thema Reifen. Jetzt wird es auch ein bisschen blöd. Und zwar, ich zeige euch das mal am besten. Jetzt gibt es ein Verhältnis zwischen Zugfahrzeug und Anhängerfahrzeug. Und zwar bei, gehen wir mal in die Sonne, vielleicht ist es schöner zu erkennen. Wenn euer Fahrzeug, wie meins übrigens, 2,935 Tonnen wiegt, dann gibt es den Faktor 0,3 bei ungebremsten Anhängern, sodass die maximale Last 880,5 Kilogramm sein darf. In dem Beispiel hier noch zusätzlich, wenn ein normaler Pkw 1,5 Tonnen wiegt, auch wieder Faktor 0,3, dann kämen 450 Kilo raus. Und daran merkt man schon, das ist bei ungebremsten Anhängern echt ein Riesenproblem. Dieser Umrechnungsfaktor 0,3 führt bei einem relativ normalen Leergewicht übrigens vom Pkw zu einem fast Witzgewicht im maximalen Zuladungsstand des Anhängers. Jetzt bei uns mit dem Wohnmobilisten ist es eben möglich, weil wir sehr schwere Fahrzeuge haben. Und bei mir mit den 2,9 Ungrad Tonnen locker die maximale Last von diesem Anhänger von den 750 Kilo rauskommt. Also, auch Check. Wie ging es jetzt tatsächlich dann voran? Und was müsst ihr tun? Alles in Ruhe überprüfen. Fokus auf Reifen. Dann geht es ab zum TÜV oder DEKRA. Und das ist ein bitterer Moment, denn was macht der gute Mann? Der guckt sich genau die Reifen an. Beide, zweimal und nach der Geschwindigkeit und nach dem Datum. Dann tippt er diese Werte in sein System ein. Danach kommen drei respektive vier Blätter raus. Und er will von euch 60 Euro. Also, ein bitterer Moment, weil, ganz kurz so zur Dimension, meine Reifen haben pro Stück 45 Euro, kostet All-In. Entsorgung, Altreifen, Montage, drauf machen, also alles fix fertig. 90 Euro, TÜV, in dem Fall bei mir war es DEKRA, 60 Euro. Musste ich schon mal ganz kurz schlucken. Aber gut, ihr kriegt dann eine Bescheinigung, die blende ich an dieser Stelle jetzt mal als Bild ein. Und mit dieser Bescheinigung, mit dem Fahrzeugschein, mit dem Fahrzeugbrief, mit dem Ausweis, das war es glaube ich, genau, fahrt ihr zur Kfz-Zulassungsstelle. Halt, ein 100er Aufkleber besorgt ihr euch noch. Dann, also Zulassungsstelle, dort möchte die nette Dame oder der nette Mann 15 Euro von euch. Und es kommt eine Zeile rein, in den Fahrzeugschein, die besagt, bei einem minimalen Zuggewicht, Leermaße von Tatatatam, Freigabe für 100 kmh. Es steht in eurer Verantwortung, dass das Verhältnis Zuggewicht zu Anhängergewicht passt. Wenn jetzt jemand sagt, einen Moment mal, früh war das aber so, dass das Zugfahrzeug gekoppelt war, quasi von der Freigabe mit dem Anhänger, das ist Vergangenheit. Das gibt es heute nicht mehr. Heute liegt es eben in der Verantwortung, so muss man sagen, in der Verantwortung von euch selber, die ihr fahrt, dass es passt. Die 100er Freigabe ist übrigens dann nur auf deutschen Landstraßen und Bundesautobahnen. Ansonsten nicht. Genau, warum erwähne ich das? Ja, weil ein Spezel mal gesagt hätte, er wäre mit 102 geblitzt worden und das wäre richtig teuer gewesen. Und er hätte eigentlich die 2 kmh so in der Toleranz gesehen. Ist auch richtig, nur, er wurde auf einer Kreisstraße geblitzt. Und das haben wir ja gerade gelernt, die Freigabe gilt nur für Autobahnen und Landstraßen. Nee, halt, nicht Landstraßen. Im Prinzip, ich muss es nachlesen, aber ich meine Schnellstraßen. Da gibt es so baulich abgehobene, Autobahn-ähnliche Schnellstraßen. Nicht Landstraßen. Oh, jetzt hätte ich mich fast vertan. So, er fuhr eben auf einer ganz normalen Kreisstraße, Landstraße. Mit 80 hätte er fahren dürfen, mit 102 wurde er geblitzt. Rechnen könnt ihr selber, Bußgeldkatalog könnt ihr auch selber angucken. Er hat es danach gewusst. So, aber, also Anhänger, alles gut. Jetzt zum zweiten Teil mit der Vespa. Der war dann eigentlich ganz einfach. Nach einigem Googlen bin ich auch erst mal kurz zusammengezuckt, denn ich wollte eine Motorradwippe. So nennt sich dieses gute Stück hier. Auch da mache ich mal Bilder rein, wie die aussieht, wenn kein Motorrad drin steht. Und die hätte für Vespa-kompatibel, so aus den Foren, rund 150 Euro gekostet. Für das, dass das ja an sich nur ein bisschen Blech ist, lackiert, nur heftiger Preis. Diese hier, ich gucke mal, dass ich in die Shownotes unten den Typ reinschreibe. Verlinken kann ich es in dem Fall nicht wirklich, weil es war eine Ebay-Auktion. Aber die hat, rund about 30, ach, vielleicht auch 31 Euro kostet, aber mit Versand dann. Warum war mir so eine Motorradwippe wichtig? Ganz einfach, man sieht ja aus dem Bild heraus, normalerweise ist dieses Teil hier liegt im unbeladenen Zustand. Man fährt dann das Vorderrad rein und wippt nach vorn. Das Vorderrad wird dann sehr taff gehalten von diesen Profilen. Und man kann in Ruhe verzurren. Beim Verzurren, vielleicht kann man das auch noch erkennen, habe ich das Glück, dass ich in meinem Hänger Schwerlastpunkte drin habe. Das heißt, innen liegende Ösen, die direkt am Rahmen verschraubt sind. Wenn ihr das nicht habt, das war an meinem Anhänger eine Option, dann gibt es oft außen noch solche Ösen, wo man es dann eben über die Redding drüber führen muss. Wird aber sicherlich auch gehen. Ich in meinem Fall verwende jetzt einfach vier Punkte mit vier Schwerlastankern. Die Rampe war beim Hänger dabei, die besaß ich schon. Und vielleicht da noch ein Tipp. Ich habe einfach mit der gleichen Befestigungstechnik von der Motorradwippe auch noch ein Loch gebohrt in den Holzanhänger bei mir. Schiebe die Rampe vorn an den Anschlag. Klemm sie so ein bisschen hier unten drunter, würde man nicht sehen können unter den Ständer. Fixiere sie hier. Und das ist wirklich, ja, das könnt ihr jetzt natürlich nicht ahnen, aber das ist wirklich bombenfest. Ja, als Ergebnis habe ich jetzt eine Vespa, wo ich mich sicher fühle. Denn die, man wird es jetzt nicht ahnen, aber die steht wirklich sehr, sehr fest. Selbst wenn was passieren würde, würde sie sicherlich im Hänger bleiben. Das Ganze hinter meinem Kastenwagen, hinter einem Schrank und steht dann auch ziemlich geschützt. Ich glaube, ich muss ja auch in der Fahrt nicht einpacken. Ja, somit steht nichts entgegen, dass ich das gute Stück in Zukunft auf einigen meiner Reisen dabei habe. 750 Kilo maximal, was wird es jetzt wiegen? Ich glaube, der Hänger wiegt 260 Kilo, die Vespa wiegt 80 Kilo. Wird man, denke ich, auch nicht wirklich merken. Da freue ich mich drauf. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist eine Anhängerkupplung. Aber das ist ein anderes Projekt. So, gibt es noch etwas, was euch interessieren könnte, was für euch wichtig wäre? Naja, ich habe ja noch keine Erfahrungen. Noch durfte ich es zwar mit meinem Fahrzeug ziehen, aber klar, viel zu leicht, deswegen nur mit 80. Aber eine Erfahrung habe ich doch schon gemacht. Und zwar, so ein bisschen neuralgischer Punkt an diesen Wippen, wenn ihr eine Vespa fahrt, ist die Schwinge. Das heißt, man braucht hier eine relativ niedrige Wippe. Der nächste neuralgische Punkt ist, die Wippen sind oft nach hinten sehr lang. Meines Gutes, das Saat sicher steht. Bei den kleinen Rädern nicht optimal. Das heißt, achtet darauf, dass es hier einen kurzen Wippenschenkel hat. Und ich erfinde jetzt einfach mal das Wort. Hoffentlich passt so. Und der Punkt, der jetzt bei mir noch nicht ganz super optimal gelöst ist, wenn ich die Vespa verspanne, das heißt, in die Dämpfer reinziehe, sie nach vorn runterkommt, dann liegt in meinem Fall das Schutzblech ein Stück weit auf dem Metall auf. Ich sage jetzt mal, sie ist nicht mehr flamme neu und es ist Kunststoff. Ich denke, es geht. Noch überlege ich, ob ich das hier vielleicht einfacher abflexe. Ja, ich muss da noch ein bisschen brüten, weil dann ist die Verzinkung weg und auch die Lackierung, naja, wird's sehen. Ich hoffe, wenn das Thema für euch was war, dass euch der Bericht was bringt, dass ihr vielleicht auch einfach Lust drauf kriegt und es anfasst. Denn, ich meine, bei mir steht der Hänger schon mittlerweile acht Jahre rum. Die Vespa war ähnlich lang. Ich frage mich, warum habe ich es eigentlich nicht schon lange gemacht? Und das Ganze in Kombination mit einer 100 kmh-Zulassung, wo du vielleicht auch mal 100 kmh fahren kannst, optimal. Also, wenn es euch gefallen hat, schaut wieder rein. Wenn ihr mich regelmäßig sehen wollt, setzt ein Abo. Wenn es euch gefallen hat, macht ein Like. Wenn es euch nicht gefallen hat, ignoriert's. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir in die Kommentare. Ich hoffe, ich kann sie beantworten. Spätestens ein paar Tagen bis ein paar Wochen habe ich die erste Größe sofort hinter mir. Dann habe ich auch Praxiserfahrung. Ich danke euch. Also, bis dann. Ciao, ciao.